Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 29. Oktober 2021. Ihr hört Geek Talk Daily 1110. Genau, es ist eine Folge vor der 1111. Es wird spannend im Rennen. Am Montag wird voraussichtlich dann die 1111 soweit sein. Heute habe ich die Themen dabei und zwar Stadia mal 2, Apple Music, Spotify, LumaFusion, Minderjährig, DJI Action 2, Instagram und Feedback. Ihr seht, es ist ein bisschen mehr an Themen dabei. Liegt daran, dass ich gestern ja ausgesetzt habe, nachdem meine Tochter den Geburtstag gefeiert hat und das Ganze ein bisschen später wurde. Jetzt starten wir aber direkt in die Neuigkeiten bei Stadia. Dem Gaming-Dienst von Google gibt es eine Neuigkeit. Der eigentlich wöchentlich erschienene Newsletter, This Week on Stadia, der kommt in Zukunft nur noch alle zwei Wochen. Böse Menschen, ne, böse Unkindrufe von Menschen, so rum wollte ich sagen, haben schon wieder Stadia zu Tode geredet. Der Dienst soll jetzt erst gerecht nicht mehr oder nächstens eingestellt werden. Wir werden es sehen, wenn es soweit ist. Ich mag ihn nach wie vor und kommt mir gerade ein Sinn, ich sollte mir noch die Spiele vom Oktober sichern. Ja, ich hatte diesen Monat sehr viel Zeit zum Spielen. Hashtag not. Die zweite Neuigkeit rund um Google Stadia beinhaltet Trials von Spielen. Wer Pro-Mitglied ist, also Pro-Stadia Pro abonniert hat, da monatlich bezahlt, der kann eh die ganzen Spiele kostenlos spielen und sich sie jeweils sichern für die eigene Spiele-Library. Wer das aber nicht macht, wer die kostenlose Möglichkeit nutzt, der soll in Zukunft Spiele anspielen können. Bis zu einer halben Stunde soll man ein Spiel anspielen können. Wenn es einem dann gefällt, dann schmeisst man das Geld in die Richtung von Google und so mit dem Spieleentwickler schlussendlich. Und dann wird auch der Spielestand, den man bereits erspielt hat, schon übertragen. Das heisst, ihr könnt dann einfach ganz normal weiterspielen. Wenn es euch nach der halben Stunde nicht gepackt hat und ihr nicht ganz, also nicht möchtet, dann geht es halt weg. Aktuell funktioniert das mit Hello Engineer, einem Spiel. Wann mehr dazu kommen, das weiss aktuell nur Google. Ich bin mal gespannt, wann eben weitere Spiele kommen werden für die Möglichkeit. Dann gibt es Neuigkeiten von Apple Music. Und ja, ich zeichne heute relativ früh, also gestern Abend relativ früh auf. Deshalb sind die Apple-Quartalszahlen noch nicht dabei. Aber ihr könnt es euch eh vorstellen, die sind rosig und bunt und rosarot und alles Mögliche. Goldig wahrscheinlich auch noch. Es gibt aber schöne Neuigkeiten zum Dienst Apple Music. Der ist nämlich jetzt neu auf der PlayStation verfügbar. Das heisst, ihr könnt da dann aus 90 Millionen Songs abspielen. Ihr könnt eure eigene Bibliothek übertragen direkt auf die PlayStation. Ihr habt die Möglichkeit, auf die ganzen Radios zuzugreifen, auf eure Playlisten. Ihr habt die Möglichkeit, Musikvideos zu schauen. Und wenn ihr in so eins schaut und dann ein Spiel wechselt und wieder zurückkommt, dann geht es auch genau wieder da los, wo ihr angefangen oder aufgehört habt, besser gesagt. Zahlen sind da aber schon seit einem Tag Spotify. Die haben ihre Quartalszahlen rausgehauen. Immer kurz vor Apple, man möchte angeben, 172 Millionen Premium-Abonnenten hat man und aktuell 381 Millionen aktive Nutzer. Die Zahlen gehen also weiterhin nach oben und zum Glück für Spotify auch ein bisschen an positivem Endergebnis. Das heisst, es bleibt auch ein bisschen was übrig. Man könnte jetzt die Musiker mal ein bisschen besser bezahlen und oder vielleicht auch ein paar mehr Podcaster. Auch da ist nämlich die Nutzung gestiegen beim Bereich des Podcastings. Da die Podcast-Nutzung unter Spotify ist in einem Allzeithoch, hat sich wieder gesteigert. Und im vergangenen Quartal hat der Reingewinn bei 75 Millionen Dollar gelegen. Ja, da sieht man wieder mal, wie fleissig unter anderem nicht nur bei Musiker oder mit Musiker, sondern auch mit Podcaster bei Spotify Geld verdient wird. Aber ja, meine Meinung kennt ihr ja in die Richtung. Weiter geht es mit erfreulichen Nachrichten. Die sehr beliebte unter iOS-Nutzern, also bei iPhone und auf dem iPad, LumaFusion App. Die kommt nächstens auch für Android und für Chrome OS. Welche genau, auf welchen Tablets es genau und auf welchen Smartphones es genau laufen wird, das wird sich noch zeigen. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende App, die man sich anschauen sollte, wenn man gelegentlich mal den ein oder anderen Film schneiden möchte auf genannten Geräten. Google hat eine Möglichkeit ausgerufen, das war im August dieses Jahres schon, dass man Minderjährige oder dass Minderjährige ihre Bilder aus dem Suchindex löschen können. Das Ganze wurde jetzt umgesetzt, aber dezent schwammig, so wie es ausschaut. Passiert das oder funktioniert das nur, wenn Bilder drin sind, die aktuell immer noch, also wenn die Kinder immer noch minderjährig sind, bei denen man das Ganze anmeldet, sollten die schon erwachsen sein und ein Bild aus der Jugend löschen wollen, dann soll das anscheinend nicht funktionieren. Auch soll es nicht funktionieren, wenn das Bild von öffentlichem Interesse ist. Und das ist ja ein sehr dehnbarer und schwammiger Begriff. Ja, schade. Ich hoffe, da gibt es noch ein bisschen Nachbesserung von Seiten Google. Dann gab es wieder mal neue Hardware-Vorstellungen von DJI. Nein, es war keine Drohne, nein, es war kein Gimbal, beides war schon gegeben in der zweiten Hälfte dieses Jahres. Es ist eine neue Action-Kamera, die DJI Action 2. Die ist klein, die ist kompakt, hat hinten ein Touch-Display, was man zur Bedienung benutzen kann und natürlich auch zur Ansicht von dem, was man gerade filmt. Es lässt sich magnetisch mit einem Halsband verbinden, womit man es dann eben um den Hals machen kann oder auf andere Vorrichtungen. Dafür gibt es zusätzliche Gadgets, wo man sich eindecken kann. Wer also den nächsten Action-Trailer oder Film drehen möchte, sollte sich das mal ein bisschen genauer anschauen. Dann gibt es auch Neuigkeiten von Instagram. Die haben nämlich in den Storys die Link-Funktion für alle freigegeben. Nach und nach wird das Feature jetzt ausgerollt. Falls ihr es noch nicht habt, es sollte nächsten Tag bei euch kommen. Genau. Ihr könnt dann ab sofort Aussen-Storys heraus auf irgendwas verlinken. Ich könnte zum Beispiel dann auf dem Geek-Talk-Account at geektalk.ca Schaut in den Shownotes auf daily.geektalk.ca und oder im Podcatcher eures Vertrauens. Da findet ihr den Link zum Instagram-Profil. Da könnte ich dann jeweils auf die neuen Episoden verlinken. Das finde ich spannend. Jetzt könnte Instagram endlich auch zu einem Traffic-Lieferanten für andere Webseiten werden. Und dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei den zahlreichen Zuschreibungen, Rückmeldungen etc. zu der genannten 1111-Episode. Da gibt es auf Twitter einiges, da gibt es im Blog einiges. Lieben Gruß an Marc, an Bernd, an Thorsten, an Chris, an den John, an den Hubert und den Christian. Und viele, viele weitere, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, lasst es mir bitte. Nehmt es mir nicht krumm, wenn ich euren Namen nicht aufgezählt habe. Ich habe das E-Mail-Programm gerade nicht offen, aber ich habe Riesenfreude an dem ganzen Feedback. Und wie gesagt, in der nächsten Episode wird aufgelöst, wie es mit diesem Format nicht oder weitergeht. Und in diesem Sinne, euch einen schönen und erholsamen Freitag, wenn ihr dann schon erholsam sein könnt. Ansonsten seid fleissig, genießt das Wochenende und wir hören uns in der Geek Talk Daily 1111. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.